so wir gehen rein in das video von ron bilecki was wird elena sagen was wird elena wozu sagen frage ich mich jetzt auf geht's nach los andre des geht es hier will in roman ich zeige euch mal wie man richtig guten zopf machen Ihr nehmt das hier, dann setzt ihr an und dann macht ihr folgendes. Küsst die nach. Und so, ladies and gentlemen, ich bin Ron's Beauty Palace. Welcome to my shopping vlog. Ich brauch den Schamhaartrimmer. Ich find die XXLs nicht, aber ich nehm mir an, wie ein Vorbild. Immer wenn ich mir die Haare gewaschen habe, hatte ich einen Stepp. Geil, oder? Warum sind hier nur Kondome drin, Alter? Weil ich ein F*** bin und nicht so doof wie Nico. Okay, guys, we now go to the coffee shop. Oh my God, there's a gangster. So, I've heard we got a little problem right over here. When you wanna have the problem? Oh, if it's possible right now. Au. Now, oh, sorry. Don't tell me that you're fully booked out of problems. I'm fully booked out of problems. Oh, no way. Wow. Wow. Langsam hab ich wirklich das Gefühl, ich hab ein Problem, nachdem ich hier ankomme und zwei Tornados entzünde, als wäre es wirklich Wasser. Du fängst an, Ron. Wie Ron zu agieren. Oh, das war ein Tänz. Was? 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 Wichtiges Point of View. Das escalated quickly. Super, Ron. Ron? Ja? Es ist super wichtig, dass der Kühlschrank auch immer sehr, sehr gut gefüllt ist. Nicht nur, dass der Kühlschrank gefüllt ist, sondern dass die Long Rings auch stimmig sind. Kennt ihr schon den Perfekt-Matter-Martini? Nein? Nein? Chat? Eisch aufs. Drink water. Es tastes like heaven. Hey, Alter. Alter. Bist du normal? Let's go. Aha. Let's go. Ich hab den Durchblick. Können die mal bitte zeigen, dass die den Tornado auch durchziehen? Mittlerweile hab ich ein bisschen das Gefühl, dass das alles gefakt ist, Chat. Ich hab so ne Theorie. It's all fake. Die setzen den Tornado an und am Anfang klappt der immer. Aber durchziehen kann keiner mehr von denen. So, wann hab ich das letzte Mal die Jungs einen Tornado durchziehen sehen? So, es kommt immer vor ein Cut. Mach du mal. Hab ich schon oft gemacht am Stimmig. Ich hab schon live bestätigt, dass ich das kann. Was machen wir mit der zweiten Botte? Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie Ihren Arzt oder Apotheke. Porn? Porn? Run. Chat. Es gibt Frühstück. Guten Morgen. Das war der teure Sekt oder Wein oder was das auch immer da war. Holy shit. Amano! Ist sonst? Gibst du eine Don Perignon zum Frühstück? Doch. Don. periodically. Don. Peri. Per. Don. Perion. Champagner ist das. Axel, powers. Leider? IEEE! I PRIVIIE! Professor Matterhorn! delllplaX! Er ist schon mit dem Yu dorAKE. Niko, ich orof sie nicht! Gute Nacht. Ron, hast du eigentlich schon mal erzählt, wo wir sind? Hilfe! Eis vor Arbeit bloß. Ron, ich lass dich jetzt mit Christine allein, okay? Ich bin einfach nur geschockt. Das ganze Video schockt mich. Das ist das Erlebnis. Jungs, viel Spaß euch. Macht euch bitte keinen Stress, bleibt so lange weg, wie ihr nur wollt. Okay, 80% der Follower haben den Kanal nicht abonniert. Ich bin zwar kein Fitness-Youtuber, auch wenn ich breiter bin als all die Fitness-Youtuber. Aber wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann schallt den Daumen in das obere rechte. Ich bin verstört. Ich bin verstört, aber ich fühle mich trotzdem unterhalten. Ja, und der eine Diss war sehr gut. Der eine Diss an Nico war sehr gut. Ja, gutes Video. I enjoyed my stay. Gern wieder. Aber echt, Chat, ich bin... Manchmal, manchmal muss ich richtig viel lachen bei den Videos und so. Und die Videos sind ja immer lustig, so von den Jungs. Aber manchmal sitze ich einfach nur hier und denke mir so, ich bin Reaction-Streamer. Aber ich bin einfach nur geschockt. Was soll ich darauf sagen? Ich bin... Ich kann... Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich kann es nicht zusammenfassen. I don't know. Verstört, da hilft Ibo-Pro-Faxe. Let's go! Hopp. Paul Cruyffes